Lieder und Geschichten, die das Leben schreibt. Im Grunde ist es das Leben, das die Geschichten für mich schreibt. Das Leben gibt mir die Ideen und Anregungen. Und ich sortiere das Ganze, setze es in Reime und ummantele es mit Musik. Vor Publikum zu spielen und zu singen, dass ich einen Abend dafür Zeit genommen habe, um mit mir diese Lieder und Geschichten zu teilen, das ist etwas Wunderbares. Ganz oft sind es Erlebnisse, die viele andere Menschen auch so oder so ähnlich erlebt haben und die sich in diesen Liedern, in diesen Geschichten wiederfinden. Die Gitarre ist für mich mehr als nur ein Begleitinstrument. Ich bin mit ihr verwurzelt und es gibt keinen einzigen Tag, an dem ich nicht Gitarre spiele. Man kann fast sagen, mein Leben hängt an sechs Seiten. Singt einfach weiter. Wie das heißt im Leben, endet so der Liebe manchmal, aber ein Lied und die Erinnerungen da, die bleiben. Einfach so, einfach so, bitte stell jetzt keine Fragen, lass mich leben, die in dir liegen. Einfach so, einfach so, einfach so. Das ist noch lange so weitergekommen, dass es in Zukunft wieder mehr Möglichkeiten und Sicherheiten gibt, Konzerte zu spielen und auf Menschen zu treffen, die genau so etwas hören wollen. Das wünsche ich mir.